Willkommen bei Mercedes-Benz Burbach. Heute will ich mal den Vergleich zwischen Verbrenner und Elektro stellen, beziehungsweise zwischen Nitro und Brushless. Ich habe jetzt exemplarisch mal von HPI den Trophy hier aufgerufen. Auf der linken Seite die Verbrenner-Version und auf der rechten Seite die Elektro-Version. Optisch fällt natürlich sofort auf, dass der Verbrenner von der Karo her ein bisschen offener ist. Hier hinten schaut der Motor raus, an der Seite haben wir den Auspuff und hier oben ist auch immer noch ein Ausschnitt, um den zu betanken, ohne dass man die Karo abnehmen muss. Ich mache zu den Vor- und Nachteilen immer meine persönlichen Eindrücke, aber das ist halt nur das, was ich empfinde und warum ich mich für den einen oder den anderen entschieden habe. Also optisch gesehen finde ich den Elektro schöner, weil die Karosserie halt geschlossen ist. Und hier ist die Karosserie offen. Ich denke, das ist auch während dem Fahren nicht ganz so toll, weil natürlich überall Dreck reinkommt. Und das ist auch schon der nächste Punkt. Der Verbrenner ist natürlich immer ein bisschen dreckiger. Also man sieht hier, wo der Auspuff ist, da kommen natürlich die Abgase raus. Da ist immer ein bisschen Öl und ein bisschen Schmier mit bei. Der sift da ziemlich viel ein. Man kann das auch sehen, HAPI hat hier auch ein paar Bilder eingestellt von echten Flügen oder echten Autos. Mal gucken, ob ich das schnell finde. Da sieht man das auch recht gut. Da ist er noch schön sauber. Hier ist er am Fliegen. Und hier sieht man auch, da kommen die Auspuffgase raus und da sammelt sich halt auch eine Masse Dreck. Und ich denke, auch da vorne wird einiges an Dreck reinfliegen. Dann kommen wir auch zum zweiten Punkt. So ein Elektro ist natürlich relativ einfach aufgebaut. Wenn wir jetzt mal hier in den Verbrenner reinschauen, in dem Bild, wo das mal offen gezeigt wird, sieht man, der ist ziemlich vollgestopft. Also wir haben den relativ großen Motor, wir haben den A-Zug dabei, wir haben den Luftfilter, wir haben den Tank und wir haben hier natürlich auch den großen Auspuff. Und auch innen drin ist es nicht ganz so aufgeräumt, weil hier, wo beim Elektro der Empfänger sitzen würde, da ist ein Akku drin für die Servos, für den Gasservo und den Lenkservo. Weil der Motor produziert natürlich keinen Strom, aber die Servos brauchen natürlich auf der anderen Seite auch Strom, um zu fahren. Das heißt, ganz so ohne Elektro geht auch der Verbrenner nicht. Und wenn wir uns das jetzt mal bei dem Elektro-Variante anschauen, der ist also weit aufgeräumter. Hier kommen natürlich noch die Akkus rein, aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, ist da einfach mehr Platz im Chassis. Aber auch das sollte jetzt nicht um der Ausschlaggegende Grund sein, warum man sich jetzt was aussucht. Aber es ist zumindest mehr Platz. Ein großer Punkt ist natürlich, ein Verbrenner ist natürlich viel realistischer, was so am Motorsport hängt. Weil wir haben einen richtigen Motor, wie in einem normalen Auto auch. Wir haben eine Auspuffanlage, wir haben einen Filter, wir können das Auto tanken. Und der Sound von einem Verbrenner ist natürlich super schön. Also der Standardmann steht natürlich drauf. Laut stinkt und macht einen richtig geilen Sound, weil die Dinger hören sich schon cool an. Also wir haben im Team auch ein, zwei Leute, die Verbrenner fahren und die hören sich natürlich endgeil an, die Teile. Da kann man gar nichts anderes zu sagen. So ein Elektro, der sumpft vor sich hin und wenn man ein Speed ranmacht, hört er sich auch ganz cool an. Aber so ein Verbrenner hört sich natürlich super geil an. Aber ich zumindest finde, der ist natürlich auch viel aufwendiger, was die Wartung und so betrifft. Weil wenn ihr ein neues Modell habt, dann müsst ihr den Motor erstmal einlaufen lassen. Also ihr braucht eine Einlauffase. Den Elektro, da tut er die Akkus laden, stopft die rein und dann könnt ihr sofort losfahren. Ein Verbrenner muss erst eingelaufen werden. Wenn ihr mit der Session fertig seid, müsst ihr den mit Afterrun Oil behandeln, damit der Motor nichts abkriegt. Und wo ich die Erfahrung mitgemacht habe, ist, die Verbrennerleute haben oftmals Probleme, bis das Ding endlich mal läuft. Dann ziehen die hundertmal in dem Ding, dann fährt er zwei Meter, dann geht er wieder aus, dann muss der Vergaser wieder eingestellt werden. Klar, es gibt natürlich auch Leute, die haben es drauf und die haben es in zehn Sekunden fertig und das Ding rennt. Aber die Erfahrung, die ich zumindest gemacht habe, ist, dass die meisten Leute ewig an dem Rumpf fummeln und dann ist er wieder in der Werkstatt und dann muss wieder ein Motor rumgemacht werden und hin und her. Das habt ihr natürlich beim Elektro überhaupt nicht. Entweder geht der Elektromotor oder er geht nicht. Und der Regler wird angeschlossen und dann ist die Sache erledigt. Und früher war es natürlich so, dass die Verbrenner viel schneller waren und leistungsstärker waren. Das war immer zu Zeiten, wo wir noch kein Brushless hatten mit Lipost als Energieträger. Das gehört jetzt der Vergangenheit an, aber auch schon länger. Also im Gegenteil, ein Elektro ist im Anzug viel schneller wie ein Verbrenner, weil der Verbrenner hat einen hochdrehenden Motor und der muss erstmal auf Touren kommen, damit er überhaupt seine volle Kraft entfaltet. Genau wie man es mit einem normalen Auto auch kennt. Deswegen gibt es dir auch die meisten Motoren mit einem Turbo, damit er ein bisschen schneller geht. Der Elektro geht sofort auf vollen Drehmoment und zieht sofort ab. Also das gehört auch lang der Vergangenheit an. Ein wichtiger Punkt ist natürlich auch der Preis. Also ich würde sagen, tendenziell ist das nackte Modell von einem Verbrenner ein Ticken günstiger als der Elektro. Und ihr müsst natürlich beim Elektro, wenn ihr euch das erste Auto kauft, viel mehr Geld investieren. Weil ihr braucht noch einen ordentlichen Lader, da seid ihr mit 100 Euro dabei. Und noch mal einen Satz Akkus, da seid ihr je nachdem, wie ihr jetzt halt fahrt, auch mal locker mit 100 Euro dabei für einen Satz Akkus. Wenn ihr, was weiß ich, 2x2s oder 2x3s fahrt. Und ihr braucht ja eigentlich auch ein paar Ersatz Akkus, die kommen dann auch noch oben drauf. Also in der Anschaffung ist der Elektro erstmal teurer. Dafür habt ihr nachher, meiner Meinung nach, in den laufenden Kosten niedriger. Weil die Akkus, wenn ihr die vernünftig behandelt, halten die sehr lange. Also 100, 200, 300 Zyklen sollten da kein Problem sein. Den Nitro müsst ihr natürlich mit dem Nitro kaufen. Und das ist nicht unbedingt günstig. Außerdem habt ihr da Verschleißteile drin. Das heißt, ihr braucht nach einer bestimmten Anzahl von Fahrten neue Glühkerzen. Die kosten auch so 5 bis 10 Euro. Ihr müsst den Luftfilter immer sauber machen, beziehungsweise irgendwann auch mal ersetzen. Der kostet dann auch wieder ein paar Euro. Und der Sprit kann euch auch, so wie ich gehört habe, schlecht werden. Je nachdem, wenn ihr lange nicht mehr gefahren seid, dann zersetzt der Sprit sich irgendwann. Und dann könnt ihr ihn auch wegschmeißen. Und einer der größten Punkte, die die Autos unterscheidet, ist natürlich, wo könnt ihr mit dem Auto fahren. Da der Elektro relativ leise ist, könntet ihr den hinterm Haus fahren. Ihr könnt auf dem Sportplatz fahren. Ihr könnt im Wald damit fahren, auf einer Sandhalde, Skaterpark, wo auch immer. Da wird sich keiner beschweren, wenn ihr mit eurem Elektro da rumfahrt. Aber mit dem Verbrenner ist es schon schwierig, weil die sind wirklich laut. Und da könnt ihr natürlich die Anwohner verärgern oder sonstige Sachen. Also wir zum Beispiel fahren bei uns auf diesem Track, den ihr da kennt. Der liegt dummerweise im Naturschutzgebiet. Und Elektro, kein Problem, das wird geduldet. Aber mit Verbrenner können auch schon mal die Kollegen von der Polizei kommen. Und argumentieren dann mit Emissionsbelastung, Lärmbelästigung. Und wie gesagt, wir haben da Sprit und Öl. Das kann dann auch in die Natur gehen und ist im Naturschutzgebiet gerade natürlich sehr, sehr ungünstig. Wenn man jetzt diese ganzen Punkte abwägt, war für uns oder für mich ausschlaggebend, ein Elektro zu nehmen. Weil erstens es gerade am Anfang viel leichter ist. Akkus rein und sofort losfahren. Verbrenner muss man sich auch ein bisschen mit beschäftigen und auch ein bisschen auskennen. Und das Problem, wo fahre ich mit dem Auto? Zusätzlich kommt noch dazu, dass ich den Gestank von dem Nitro jetzt wirklich nicht angenehm finde. Ich finde, das Zeug stinkt. Also mir gefällt es wirklich nicht. Aber das ist ja Ansichtssache. Ja, ich hoffe, dass ich da nichts vergessen habe. Aber das sind so die Unterschiede vom Nitro zum Brushless Variante. Wie gesagt, jeder von euch kann sich da selber entscheiden. Aber das sind so die wichtigsten Punkte, die mir so einfallen, um die Kaufentscheidung zu treffen. Gerade wenn ihr euch euer erstes Auto suchen wollt, würde ich allerdings die Empfehlung ausgeben, euch ein Elektro zu nehmen. Weil sonst habt ihr vielleicht einfach keinen Spaß mit dem Auto. Oder müsste ich extrem in die Materie reinlesen. Ja, das war es von uns. Bis zum nächsten Mal. Euer RC-Team Burbach.